So, liebe Freunde in der Sonne, zurück zu Wernens Legacy. Lösung des Ganzen. Genau, wir haben ja gerade gerätselt, was denn dieser Scheiß-Drecks-Code davon ist. Und wir haben ja vorher gelesen, dieser Sohnemann in Riga, wo er früher war, was man hier auf der Karte echt nicht gut erkennen kann. Vor allem, dort ist nicht Riga, was er eingekreist hat. Aber egal. Da sieht man die Koordinaten, wenn man nämlich genau drauf zeigt hier, also hier in der Mitte, dann steht da ja 04 westlicher Breite und 49 westlicher Länge, nördlicher Breite 49, also 0449. Das müsste funktionieren. Der Code sein, ja. Schauen wir mal. Das heißt, ich habe die ganzen Vasen umsonst zerstört. Nein. Spaß gemacht hat es trotzdem. Ja. Zix. Das Problem ist, es gehört uns. Ja, wir haben genug. Das passt schon. Ja, wir haben ein paar. Also 0449. Muss man wieder aufdrücken, ja? Vier. Vier. Was gibt's? Ich werde mich mal hier ausrüsten. Hahaha. So, schauen wir mal. Wieso kann ich da jetzt nichts? Was ist da jetzt? Keine Ahnung. Hörb's. Salu, das heißt Salu. Das weiß ich noch. Aber ich kann da nicht... Warte, das sind aber Symbole. Ja, ja, Symbole, Sander, aber ich kann nicht interagieren. Äh, das eine ist... Ach Gott, das eine ist eine Tulpe. 7, 6, 12... Keine Ahnung, dann kann ich dich lesen. 19... 54? Wird keinen Sinn. Aber die Symbole werden vielleicht wichtig. Hat die wahrscheinlich schon. Das lesen kann ich das nicht. Was der da schmiert. Okay. Ja, das hat auch was. Aber interagieren kann man nicht. Nein. Äh, wo brauchen wir bloß die Symbole? Und wo geht's weiter? So. Ja, weil verschlossen ist ja immer noch. Ist das ein Fehler? Haben wir irgendwas? Ah, warte mal, warte mal. Sind ich auf dem Ding? Tasten drauf? Auf dem Grammokon? Ah, ja, stimmt. Äh. Inventar. Genau, und dann... Drehen, oder? Geh mal ins Licht. Noch ein bisschen drehen. Nein! Noch mal drehen. Ja, da, da ist das. Ja! Was macht man jetzt? Äh, äh... Links-Taste? Äh, müssen wir das irgendwo abstellen? Ja, aber wie? Und wo? Ja, genau. Das hab ich ja vorher probiert. Werfen kann man es nicht, gell? Nee, rechtsklick ist... Grammophon, vielleicht kann man das nicht abstellen. Hm, das schwebt durch. Muaah, ich spiel's runter. Dann müssen wir es vielleicht da drüben aufstellen, links, da. Aha! Ja, leg mich da um den Marsch. Okay, was ist da die Rennfolge? Also quasi, ähm... Was ist das für eine Pflanze? Das sieht aus wie eine... Alpenpfeilchen? Also Alpenpfeilchen, Tulpe, Sonnenblume und Kreisel. Eine Orchidee. So, also Alpenpfeilchen... Äh... Das ist doch. Ah, ah, ich sehe, okay. Nichts siehst. Das ist doch. Dann die Tulpe. Genau. Das ist da und... Das ist da. Nee, ich glaube, das Kastel ist jetzt unten auf, oder? Ah, ah! Ja, krass. Mit Schlüssel. Das rüppelt. Ich glaube, den kannst du jetzt da rechts verwenden, oder? Stimmt. Irgendwie rüppelt's gerade. Das ist die scheiß Musik. Ja, das ist zu viel. Das ist eine Grafikleistung fest, um sich mit zu tun. Das ist Wahnsinn, gell? Mach's Radio aus, ich seh nichts. Das rüppelt echt gerade, ey, Wahnsinn. Macht der irgendwas gerade? Eigentlich. Ach, ich hab hinten im Hintergrund das Hand, äh, was er runterlädt. Das ist, schulier das vielleicht. Hm, das kann sein. Okay. Äh, 1918 ist jetzt krass, okay, für der 12. Obwohl der Krieg vorüber ist, wird es wohl noch Jahre dauern, bis wir zur Normalität zurück werden. Werden. Alois hat im Garten ein weiteres Gemüsebeet angelegt. Das brauchen sie auch, ne? Uns geht's hier auf dem Landverhältnismäßig gut, so wie immer. Ich hoffe nur, dass... Ah, ist das wieder? Meie, 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 meie. Dass Robert wohl auf ist. Ich habe seit Monaten nichts von ihm gehört. Einfach Robert nochmal, der da eingezogen wurde, oder? Das sind wir, glaube ich. Ich möchte das nicht mehr, ja. Hm. Das ist sehr nett. Okay, sitz, wenn du kurz auf unterstützte Abreise gehst. Geh mal drauf. Ja, hier ist ein Robert. Ah ja, okay, passt. Okay, ähm, jetzt Anfang zur 19, also kurz nach dem Krieg. Wann war der Krieg nochmal vorbei? 18. Ja, ach. Wann weiß ich nicht? Aber da müsste eigentlich auch schon... Ja, da schon. Ah genau, da steht er da, Krieg ist vorüber. Ja klar, aber wann? Ich verbringe wieder für mehr Zeit in den alten Gewölben unter dem Haus. Die Räume strahlen eine eigenartige Faszination aus. Hm? Die Räume strahlen ihre... Mann, jetzt habe ich gerade gelesen. Es scheint fast so, als hätte das Licht meiner Laterne hier eine geringere Reichweite. Oh, böse. Als hätte das Licht meiner... So als... Genau, ja. So als wollte sich dieser Teil des Gewölbes meinen Untersuchungen ziehen. Genau, ja. Ich muss versuchen, die alten Pergamentrollen zu entschlüsseln. Vielleicht ist es jetzt wieder möglich, mit Professor Bonnet im Kontakt zu treten. Er ist sicher noch daran interessiert, die alten Gänge zu erforschen. Ich werde ihm morgen schreiben. Mach das. Tu das, Judas. Was wissen wir jetzt? Dass die Gewölbe unten wirklich wichtig sind. Ja gut, es war mir schon vorher klar, dass wir da hin müssen. Tja. Gibt es hier irgendwo wichtige Infos? Aber hier muss es was geben, sonst kommt man nicht mehr weiter. Ja, sonst war jetzt wirklich nirgendwo mehr was, gell? Äh. Das Buch schaut richtig aus, aber nee. Da kann man nix machen. Klar, so ein Text. Da sind wieder Pflanzen. Da ist eine Zeitung. Äh, das ist ein Schilderblick unter dir. Oh, was? Das auch? Da gibt es noch ein Buch zum Drücken. So, ja, schön überlegt. Da gibt es gar nix. Also, da gibt es viele Bücher, aber die kann man alle nicht runterschmeißen oder so. Lichtschalter, nix. Das ist auch nix. Das, der sieht aber komisch aus. Aha. Wo sind dies? Wo sind dies? Trollpolz mit seltsamen Zeichen. Das ist ja merkwürdig. Sollen wir den einsetzen? Hier waren auf dem Schädelwahn. Auf, auf, auf dem Globus. Auf dem Globuli. Vielleicht kann man den nochmal anschauen. Mit seltsamen Zeichen. Aha. Toll. Genau wie vorher nix. Voll krass. Sehr gut versteckt. Aha, genau. Viereckig. Ich gehe durch die Wand durch. Alles klar. Oh, Laterne. Laterne, Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne. Nehme die Laterne. Nächstes Level. Das ist schon Next Level Shit, du. Ja, geh mal, oder? Jetzt haben wir weg. Jetzt haben wir hier. Gehen wir jetzt ins Gewölbe? Da fehlen aber noch ein paar Türen, die nicht aufgingen. Schurker. Vielleicht kommt man nochmal zurück. Oder Das ist ein special Shit, den man nicht einfach findet. Oder man geht halt einfach nicht rein. Oder es ist halt einfach authentisch. Nee. Keine Ahnung. Na. Da wird's hier nix. Hm. Vielleicht dauert's noch, oder es ist abgeschmiert. Hm. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist abgeschmiert. Wir machen einen Schnitt und sehen uns dann gleich wieder. Wenn wir dann da drin sind. Ja. Bis dann. Ah, da ist es doch. Jetzt. Ah, das. Gladen. Ja, okay. Ja, okay. Er lädt noch. Ganz schön gehangen, ey. Ja. Okay, er lädt gerade noch alles nach. Es dauert wohl nur ein bisschen. L. F. Ah, jetzt geht's. Gerade eben geht's noch nicht. Boah, ist das L. Splendet. Ach, geil, die schaukelt sogar. Das ist schon krass. Klirr. Es ruckelt aber, oder? Immer noch? Oder täuscht es jetzt? Ein bisschen. Was geht? Ja. Danke. Toll. Danke schön. Vielleicht ist da was in dem Regal. Erste Aktion. Was kommt da auch? Ah. Benzin. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin schon. Geh ganz schön runter, da. Ja, ich verstehe nicht ganz warum. Ich auch nicht. Ruhig dich. Ruhig dich. Mein Lichtschalter. Ah, so ein Uralten zum Drehen noch. Geil. Wer kennt sie nicht? Wahrscheinlich die meisten. Aber gut. Ich meine, die meisten kennen es nicht. Ja, genau. Finde den Weg in den unteren Kerl. Boah, das klingt aber nicht gut. Äh, wo sind wir hier? Ich glaube da nix. Ja, ich dachte mal, ich sage, da bei dem X da. Genau da. Ich würde sagen, links oben. Siehst du das? Siehst du das? Ja, das ich sage. Links oben geht es wahrscheinlich in den Renn. Dann können wir nicht sagen, wir gehen zuerst rechts. Ja, da ist so ein Pfeil, da gehen wir nicht hin. Ja klar, das ist... Punkte mal jetzt aus, du wirst noch was zum Lesen. Ui. Ich füge wieder zwei. Ja, schon. Es existiert. Plötzlich erfüllte ein nervzerreißender Ton die Luft. Dann habe ich etwas ganz deutlich gesehen. Es bewegte sich auf mich zu und schien alles Licht in seine Umgebung zu verschlucken. Der eben noch sichtbare Boden und die Wände verschwanden plötzlich in tiefem Schwarz. Kein Licht, keine Lampe konnte sich gegen diese höllische Macht behaupten. Sauron. Nein. Okay, schade. Ich erstarrte einen Moment lang. Dann nahm ich die Lampe, rannte den Gang entlang in eine der nächsten Seitenkammern und schloss die Tür hinter mir. War ich hier sicher? Ich konnte deutlich erkennen, wie das Wesen seine dunklen Arme durch den Stein nach mir ausstreckte. Dennoch schienen die Mauern Schutz zu bieten. Es war mit Sicherheit keine Wahnvorstellung, selbst wenn austretende Gase Halluzinationen vortreten können. Nie werden sie so real wie die Erscheinungen, die ich gesehen habe. Sagen alle, die halluzinieren. Okay. Ach, da oben steht es da. Ganz schön gedauert, im Juni. Ich habe das im Krieg entstandene Ritual beibehalten und nehme die abendlichen Mahlzeiten gemeinsam mit Alois und Madeleine in der Küche ein. Ich wagte es nicht, den beiden von meiner Entdeckung zu berichten, fragte aber Alois eher beiläufig, ob er im Keller in den letzten Wochen etwas Außergewöhnliches bemerkt habe. Bestimmt ganz unauffällig. Du, Alois, hast du eigentlich... Wahrscheinlich, ja. Er verneinte und sagte, dass er seit vier Wochen nicht mehr im Keller gewesen sei. Seltsam, die wöchentliche Inspektionen des Kessels und des Kellers gehören eigentlich zu seinen Aufgaben. Wird er nachlässig oder verheimlicht er mir etwas? Ich weiß es doch nicht. Nach rechts. Tja, ich will aber nicht nach rechts. Doch. Eigentlich doch. Da ist nichts drin, da ist wieder Lichtschalter, kann ich nicht machen. Also an sich, die Qualität ist gar nicht so verkehrt. Ja. Ich würde es nämlich so ein bisschen ruckeln, aber ich weiß nicht. Es kann sein, dass vielleicht noch im Hintergrund irgendwas läuft, gerade. Das kann man halt nicht schauen, gell? Kann ich gerade nicht, nein. So. Flashlight. Ja, auf jeden Fall, in der nächsten Folge wird es dann besser. So viel kann ich schon mal sagen. Oder schlecht, aber. Mhm. Machen wir absichtlich möglichst viele Dinge auf. Wie? Erst einmal, erst einmal ein bisschen zurückgehen. Freilich. Ja, erst einmal ins Leere schauen, gell? Freilich. Könnte es sein, dass dieser Weg ein Schlupfwinkel ist, um sie zu verstehen. Kann sein, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Erst einmal aufmachen. Das stand nämlich nicht auf der Karte, klar. Doch. Ja? Ja. Da ist wieder die Karte. Was gibt da? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ne, jetzt sind wir woanders. Nein, wir sind da. Wir haben gerade den Weg übersprungen, den, den eigentlichen Korridorweg. Aha, da ist dunkel. Schau. Krass. So. Genau, das war diese Abkürzung. Aber dann gehen wir den Weg, oder? Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Zeller Level 1. Gibt es noch Level 2. Wahrscheinlich. Ist das da, wo der Pfeil ist? Nein. Ich bin aber rechts. Erst einmal den... Erst einmal den... Ja, aber da... Ja, ich meinte, ob wir jetzt da unten den Weg mal zurück nochmal gehen und schauen. Ja, den gehen wir dann, wenn wir dann wieder zurückgehen. Oder? Ne, auf jeden Fall gehen wir erst mal da rein. Ja, einfach mal zurückkommen. Ja, einfach mal zurückgehen. Hier ist wahrscheinlich der Kessel. Kesselfleisch. Ist bei dir auch gerade so ein Geräusch? So ein Fiepsen? Warte, warte. Kam mir so vor. Die ganze Zeit so... Ne, muss nicht mehr. Ne, das habe ich. Ja, lass den Kessel und so. Okay, schau. Ach, jetzt geht's da hin. Jetzt Kesselfleisch. Kesselfleisch ist geil. Kannst du mal das drehen? Na ja, dann fliege ich in die Luft zuvor. Ne, da ist nix. Da ist Pfütze. Die Nachbarn, ach, Hubert ist wieder da. Aha. Er lässt das auf den Boden liegen. Na, da haben wir jetzt auf einmal wieder da eins. Ja. Heute habe ich mit Hilfe einer von mir provisorischen Apparatur und einer Kalkwasserlösung den Kohlendioxidgehalt im Keller, im Gewölbe und als Vergleich im draußen im Garten gemessen. Genau. Das war ich nicht. Das war der Text original. Dafür habe ich eine Viertelstunde lang die Luft mit einer Handpumpe durch die Lösung geleitet. Die Menge des Ausfallenden Calciumcarbonats soll Auskunft über den Kohlendioxidgehalt auf Luft geben. Okay, wenn du meinst, äh... Der Niederschlag in den Gefäßen aus Keller und Gewölbe ist tatsächlich höher als der im Gefäß, das ich im Garten verwendet habe. Könnte das die Erklärung für meine Wahrnehmung sein oder es ist nur eine Ungenauigkeit der Messung? Wer weiß, wer weiß, was das sind da so die... Kannst du den Kessel auf? Messungenauigkeit. Ja, klar, bestimmt kann ich das machen. Ja, mein auf. Boom! Sunde. Nein, kann nicht. Er hat da vorne... Das sieht auch nicht an aus. War ein. Oh, der war ein kleiner Kessel von früher. Shit. Nee, kann ich nicht. Der alte Wachner. Kann ich nur von Musik hier. Ja, wie, was? Hä, ich bin doch auch reingekommen, willst du mich jetzt verarschen? Mit Anlauf vielleicht? Jetzt bin ich drauf. Die Fehlersuche wieder. Da kann man nichts rumschmeißen, Schade. Gehen wir jetzt zurück? Ja, vielleicht ist da ein Journal. Ja. Aha, gelöst. Also war es tatsächlich, weil ich da im Hintergrund was runtergeladen habe, da vorne. Jetzt bin ich zu schaliert und jetzt ist mir alles gut. Das ist nichts. Ich habe die ganze Zeit so ein kleines Bildschirmreißen drin, ja? Siehst du das? Ja. Das ist oben, war nicht? Das kann auch ein Effekt vom Spiel sein. Nein, das nicht. Das war V-Sink, will ich nicht anmachen, weil das frisst zu viel Leistung. Gut, dann gehen wir jetzt doll an, oder? Ja. Oder wie ist da die Karte? Ja, bis zum Ende und dann rechts und so. Genau, da gehen wir jetzt einmal quasi wieder durch und kommen dann beim Pfeil an, das ist gut. Das klingt ja nicht, das hat es zugemacht, glaube ich. Hau ab. Äh. Aha. Das wird bekifft, ja. So fick war das? Also war... Eigentlich. War das nur Nebel, oder haben wir das auch gesehen? Tja. Ich würde zurückgehen. Äh, wir schauen zuerst mal das andere an. Nein. Rechts rein. Oh, 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 oh. Ob wir vielleicht die Tür zumachen sollen? Nein, den Sput. Dreh dich um. Weiß nix mehr. So wieder hingehen? Nein. Wir schauen uns erst mal das andere an. Dann schauen wir noch mal auf die Map. Nein, du... Also da hinten drin ist das, ja. Ich glaube, wir haben das freigesetzt. Nicht aufmachen. Nein, mach's nicht auf. Okay. Rechts. Rechts. Okay. Da war's wieder dahinter, gell? Ja. Da ist es, äh... Der Staub. Der Staubgeist. Pac-Man. Bestimmt um Staubsonder. Das ist mir aber ein bisschen unheimlich, Luke. Jetzt kommt es dem Horrorspielschuder eher. Ja. Nein. So, geh mal. Äh, kommt was von hinter dir jetzt, gell? Ach, nö. Hast du was mit dem Tal? Na, gar nichts. Nichts. Hä, hatten wir nicht vorher noch was? Irgend so ein Flashlein, aber das... Ist wohl weg. Ist verschütt gegangen. Also, ich weiß ja nicht, ne? Ach, drum hat das vielleicht zwei Wege, weil der patrouilliert. Ah, ich weiß es. Ich weiß, was du machen musst. Ich muss den hierher locken. Ja, und dann aus... Outrun. Ausrennen. Na, komm mal her, du. Bitch. Jetzt geht er wieder weg. Patrouilliert er echt, ja? Patrouilliert der Wichser denn? Ach. Rechts oder links? Ja, hinter dir. Kommt er auf jeden Fall. Ist ja krass, oder? Das fand ich bin wild. So, jetzt sind wir tot. Ah! Ja. Das ist der Rote. Alter. Alter. Hab ich jetzt das andere gefunden? Äh, schau mal, äh, schau mal rechts, ob du... Nein, äh. Rechts, ob das Ding wieder weg ist. Ja, schützt schon. Okay, er hat es gespeichert. Personal. Ah, da... Ja, er hat alles gespeichert, ja. Okay. Äh, dann gehen wir nochmal rein. Okay, das ist eigentlich ganz interessant. Ich muss hier bestimmt rein. Nein! Umschauen. Okay, ist nix. Ja, das... Das könnte jetzt lästig werden. Mhm. Aber das war... So, die Frage ist... Ich muss nochmal kurz schauen. Ich muss da bestimmt... Also, ich war jetzt in dem Raum da hinten. Und da muss irgendwas drin sein, weil da ist sonst nix. Ja, ja, klar. Du musst aufpassen, bei dem Ring da, dass nimmer eine Sackgasse läuft. Beziehungsweise eine Sackgasse. So, meinst du? Roadrun? Ich weiß nicht, verräumt der dich noch? Denkt so. Ja. Es muss nur schnell genug jetzt sein, dass der dich quasi... Verliert. Ja. Jetzt laufen wir wieder die Arme. Rechtsrum. Mach rechts. Schau, da darfst du jetzt nicht rechts laufen. Also hinter dir, aber da ist das Sackgasse gewesen. Ja. So. Du musst bestimmt ein Lebrech Eisen geben. Da ist doch... Rechtsrum. Ja. So. Nein, dann nicht mehr. Alles richtig gemacht. Äh... Ja, wollte ich gerade sagen. Litsch. Nein! Rechts! Ja. Dann nochmal rechts. Links. Hm. Und dann... Ja. Ich hab jetzt geraten. Das ist die Bittschneber schrecklich. Das ist echt ein Labyrinth, ey. Ja. Und dabei ist es gar nicht mehr so groß, gell? Ja. Gut, dass man endlich lang sprinten kann. Mhm. Jetzt kommen die wieder von rechts, oder? Vorsicht. Alter, mach halt noch... Haben die noch mehr Nägel reingehauen? Geht. Geht. Oh, was... Äh. Ah, okay. Ich dachte schon, dann geht es jetzt runter. Ah, Mann. Ah, Punkt, Punkt. Haben wir die noch? Die... Hi. Haben wir... Bevor du guckst. Nein, stimmt nicht. Das ist doch runtergefallen. Ja, dann heb's wieder auf. Was? Das liegt da unten nicht. Ist doch immer verschlissen. Nein, die, 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 die Beißzangen haben wir hier noch. Na, die ist runtergefallen und dann... Wo ist runtergefallen? Ja, weil da liegt die doch noch da. Na, die ist... Die waren doch auch immer verschlissen. Ja. Die Schlüssel waren auch alle. Ja, okay, dann halt nicht. Das ist aber schon mal geschafft, gell? Ja, aber kein Speicherpunkt. Müssen wir ja nicht. Oder? Aber vielleicht ist halt dann... Vielleicht hat das gespeichert. Wahrscheinlich. Ja, gut. Hier ist er jetzt auch nicht langgekommen. Ja, dann gehen wir nochmal durch. Brauchen wir noch auf. Oh, Next Level. Oh, ja, okay. Dann muss man ein. Ich wechselte wieder. Wir sollen schnell geladen. Gut, dann... Escape und wir speichern... Oder halt auch nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.